Tagesdosis George Soros' bestes Projekt George Soros sagte jüngst, Zitat, was in der Ukraine passiert, ist mein bestes Projekt. Zitat Ende. Ein Kommentar von Thomas Röper Der russische Think Tank RussStrat hat eine interessante Analyse über die Interessen und Einflussnahme von George Soros im Ukraine-Konflikt veröffentlicht. Der Artikel, den RussStrat über die Verwicklungen von George Soros in der Ukraine veröffentlicht hat, ist lesenswert, weshalb ich ihn übersetzt habe. Er bestätigt das, was ich bereits vor zwei Jahren über die Machenschaften von Soros in der Ukraine berichtet habe, denn Soros hat in der Ukraine Milliarden verdient. Details dazu finden Sie im Schriftartikel verlinkt. Nun kommen wir zu dem Artikel von RussStrat. Die Links habe ich aus dem Original übernommen. Beginn der Übersetzung George Soros, Zitat, was in der Ukraine passiert, ist mein bestes Projekt. Zitat Ende. Die Entnazifizierung nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Nach der Befreiung von Mariupol soll die Erstürmung der Nazifestungen an der ehemaligen Demarkationslinie im Donbass beginnen. Der Abschluss der Spezialoperation durch die russischen Streitkräfte wird nicht nur ein Sieg über das Kiewer Regime sein. Ein russischer Sieg wäre ein Rückschlag für Klaus Schwabs Plan des Great Reset. Damit würden die Karten der Globalisten und Soros neu gemischt, die die ehemalige Sowjetrepublik seit Jahrzehnten zum Sprungbrett für einen Kampf gegen ihren Hauptfeind machen, der nicht zu der neuen Weltordnung passt. Unser Land. George Soros hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass, Zitat, sein wichtigster Feind in Moskau sitzt. Zitat Ende. Zitat, ich meine, dass die europäische Gesellschaft nicht genug auf Russland reagiert. Deshalb versuche ich zu erklären, welche Gefahr sie wirklich darstellt. Zitat Ende. Selbstverständlich stellt unser Land mit seinem Konservatismus und seiner Treue zu traditionellen Werten für die Organisatoren der neuen Weltordnung eine ernsthafte Bedrohung dar. Wir erinnern uns an die Worte von Spinev Brzezinski, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater des 39. Präsidenten Jimmy Carter. Zitat, die neue Weltordnung unter amerikanischer Hegemonie wird gegen Russland, auf Russlands Kosten und auf Russlands Scherbenhaufen geschaffen. Die Ukraine ist für uns ein Vorposten des Westens gegen die Restauration der Sowjetunion. Zitat Ende. George Soros, mit bürgerlichem Namen Georgi Schwarz, erklärte einmal in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian, dass das, was in der Ukraine geschehe, sein bestes Projekt sei. Der Journalist, der mit dem Philanthropen sprach, merkte an, dass Soros ganz offen stolz auf seine Leistungen war. Das Gespräch fand vor drei Jahren statt, also lange vor dem Beginn der Spezialoperation, sodass es in der Gesellschaft keinen großen Widerhall fand. Aber schon damals deutete der Hauptsponsor der Farbrevolutionen an, dass er in der unabhängigen Ukraine zwar noch nicht vollständige, aber, Zitat, vielversprechende politische Fortschritte, Zitat Ende, gemacht habe. Die Ergebnisse seiner politischen Fortschritte sind auch in anderen Ländern deutlich sichtbar. Mit dem Geld des blutigen Investors wurde die jugoslawische Oppositionspartei Otpor, die die Verfolgung von Slobodan Milosevic organisiert hat, die Orange-Revolution und der Euromaidan in der Ukraine sowie die Rosen-Revolution in Georgien finanziert. Es ist schwer vorstellbar, dass der geniale Geschäftsmann seine Machenschaften allein durchziehen kann. Sergej Sudakov, korrespondierendes Mitglied der russischen Akademie der Militärwissenschaften, Politikwissenschaftler und Amerikanist, hat treffend festgestellt, Zitat, es gibt keinen einzigen Konflikt, an dem die in Russland verbotene Stiftung von Soros nicht beteiligt ist. Zitat Ende. Gleichzeitig betont der Politikwissenschaftler, dass George Soros selbst ein integraler Bestandteil der amerikanischen Geheimdienste ist. Sudakov schlägt sogar den Begriff »Kollektiver Soros« vor, der sich auf das Tandem des Geschäftsmannes mit dem US-Außenministerium und den amerikanischen Geheimdiensten bezieht, die ihn mit Informationen versorgen und seine Aktionen vorbereiten und planen. Soros selbst erklärt seine Machenschaften zynisch mit Geschäftsinteressen und bezeichnet die Förderungen seiner Fonds als Investitionen. Zitat, Ich verdiene da nur Geld. Ich kann und werde nicht auf die sozialen Folgen dessen schauen, was ich tue. Als Marktteilnehmer muss ich konkurrieren, um zu gewinnen. Zitat Ende. Verriet er einmal. Zitat, Wo immer seine Leute auftauchen, kam es zu Unruhen und Putschversuchen, oft mit Erfolg. Und Soros Kapital wurde mit weiteren Millionen aufgefüllt, da alle seine Initiativen darauf abzielten, die Kontrolle über die hochprofitablen Bereiche der Wirtschaft der eroberten Länder zu erlangen. Zitat Ende. Schrieb der aserbaidschanische Politologe Zaur Rasulzade über den Milliardär. In der Ukraine investierte Soros über die Renaissance Foundation. Die Taktik war die gleiche wie in Russland in den 90er Jahren, als auf Förderungen russischer Akademiker in Höhe von lächerlichen 500 Dollar die Verpflichtung folgte, die Geschichtsbücher für den Schulunterricht umzuschreiben. Der Philanthrop stellte fest, dass es etwa 25 Jahre dauert, um ein erfolgreiches Projekt wie die Ukraine zu schaffen, das heißt eine Generation. Neben der Verzerrung der Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen und der Verunglimpfung der Vergangenheit und Gegenwart des russischen Staates warb die Stiftung bei jungen Menschen erfolgreich für europäische Werte und Demokratie. Das Ergebnis war der hüpfende Maidan und die Entfesselung des Völkermordes im Donbass. Was hat Soros im Gegenzug erhalten? Er hat Immobilien, Medienunternehmen und Grundstücke erworben. Experten glauben, dass der internationale Spekulant erwartet, eine der Hauptprofiteure des Ausverkaufs der Ukraine zu werden. Soros hat über seinen Vicar, den Oligarchen Thomas Fiala, CEO und Gründer von Dragon Capital, allein in den Jahren 2016 bis 2018 über gemeinsame Fonds 350.000 Quadratmeter Gewerbeimmobilien in der unabhängigen Ukraine gekauft. Mit Investitionen von bis zu 400 Millionen Dollar ist Dragon Capital der größte Käufer von Immobilien und Medien auf dem ukrainischen Markt geworden. Der Erwerb von Medien durch Soros bedeutet, dass er die volle Kontrolle über den Informationsbereich hat. Jetzt wird klar, warum George Soros von pathetischen Worten über die Verteidigung des Volkswillens und die Rettung der Demokratie zu harschen Erklärungen wie der folgenden übergegangen ist. Zitat Die Spezialoperation in der Ukraine durchkreuzte die Pläne des alten Spekulanten ebenso wie die von Bernard Henry Levy, dem Gründer der Agentur für die Modernisierung der Ukraine und seinen britischen Co-Investoren, den Eigentümern des multinationalen Gen-Nahrungsmittelkonzerns Monsanto Company und vielen anderen Geschäftsleuten, denen Soros und Levy im Austausch für eine Finanzspritze zur Rettung der Demokratie in der Ukraine den großen Preis versprachen. Ein neues Russland ohne Putin. Ende der Übersetzung Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolloot am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolloot.net slash unterstützen. Apolloot ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolloot Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolloot.net slash Newsletter. Natürlich gibt es Apolloot auch als App. Einfach auf apolloot.net slash App runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolloot. Das denke ich auch.